CDU? Haben die nicht gerade 16 Jahre lang regiert? Ja, es stimmt. In diesen 16 Jahren hat sich viel verändert. Die Welt um uns herum hat sich verändert. Unser Land hat sich verändert. Und wenn man in Regierungsverantwortung ist, dann ist man verantwortlich. Für das, was gelungen ist. Und für alles andere auch. Also, warum CDU? Zum Beispiel, damit sich in unserem Land jede und jeder sicher fühlen kann. Egal, an was man glaubt. Oder wie man lebt. Oder wie man liebt. Damit die hier nicht das Sagen haben. Oder die hier. Oder die. Damit unsere Kinder ruhig schlafen können. Und Kriminelle kein Auge mehr zukriegen. Damit unsere Wirtschaft auch stark aus dieser Krise kommt. Mit neuen Jobs. Statt neuen Steuern. Weil uns klar ist, damit unser Leben so bleibt, wie es ist, müssen wir uns verändern. Ob wir wollen oder nicht. Veränderung? Dafür steht die CDU? Klar. Aber eben nicht Knall auf Fall. Sondern mit Herz. Und Hirn. Dafür steht die CDU. Nicht immer alles besser wissen. Wenn nötig, auch mal um Rat fragen. Erst denken, dann reden. Und auch mit denen, die eine kritische Haltung haben. Lass den mal. Ja, gerade mit denen. Nächsten Liebe zeigen. Auch wenn das altmodisch klingt. Heute sehen wir uns die CDU an. Zerstört werden. Und immer wieder aufstehen. Diskutieren. Streiten. Und nie vergessen, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Vielmehr. Die Einheit unserer Nation. Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Warum CDU? Ganz einfach. Weil es um alles geht. Und um alle. Aus Verantwortung. Aus Lust auf die Zukunft. Ja, das ist es eigentlich. Alles, was wir tun, tun wir wegen morgen. Wir sehen uns der Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020